Werde jetzt Gastgeber in unserem Stadtbezirk, in Bemerode, Wölferode, Kronsberg. Verbinde die Stadtteile als Barista. Sei ehrenamtlich unterwegs mit dem Coffeebike im Team. Ich würde mich freuen, wenn du zu unserem Infotreffen kommst am 16.07. um 16 Uhr. Und da gibt es natürlich Kaffee und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis dahin.